Hallo Leute, heute zu einem neuen Video. Wir spielen heute ein bisschen Brawl Stars. Kleine Abwechslung zu meinen Lego-Videos und Ausbaubvideos. Ich bin jetzt eine Runde Brawl Stars. Ich weiß, die Kamera halten war es ein bisschen schwer, aber ihr werdet schon was sehen können. So, wir gehen jetzt schon mal in die Runde rein. Äh, ja. Ich habe noch keine guten Skins, aber eigentlich müsste es so gehen. Ich bin gar nicht so nah, aber okay auch mal nicht. Äh, äh. Ich bin super. Äh. Ich bin nicht so gut im Boss. Also, ihr müsst es auch nicht denken, ich bin super gut im Boss. Ich bin, bin ich nicht. Ich habe mich jetzt in längere Zeit nicht gespielt. Ähm. Ja, das ist so. Äh, ja. Ich glaube, wenn sie meine Gesichtspiele gewinnen wollen. Komm mit. Ey. Komm mit. Schöne vor. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Ich habe mich schon gewonnen. Äh. Äh. Ich gucke mal, ob wir jetzt ein paar Truen haben, aber ich glaube, müsste es eigentlich schon nicht sein. Äh, ja. Äh, ja. Äh. So, jetzt können wir uns vielleicht wird es was. Äh, das wird eigentlich nicht gehen, aber auch gehen, wie ich gewusst habe. Äh, mal gucken mal, welches kann ich mal. Ich glaube, ich glaube, ich nehme doch die Linke. Dann kann ich mir auch von nehmen, es noch mal spielen. Ja. Das kann ja heute was werden. Ich glaube, ich habe mich schon mal ein bisschen ich mich ähm spielen und dann am besten ja, schießt ein Tor, dankeschön ne, guck, wie schießt ein Tor also vierten Tor, ich will das Spielzeuge haben ich hab aber gut das gesehen ja, ich hab'n beigekommen ich hab'n bei aufgefallen ja, ja das kann immer was Gutes werden ja, ja das hier ist was ja, ich hab'n beigekommen ja, ich hab'n beigekommen ja, ich hab'n beigekommen ja, ich hab'n beigekommen Ja. Der ist jetzt so hell, er konnte sich voll enttöten, also das ist ja voll einfach. Ja, ich war jetzt mit dem Finger auf dem Bildschirm vor. Nachdrehen muss ich irgendwie nicht. Easy peasy, let me squeezy. Eww. Ich weiß nicht, dass ich nicht mit dem Bildschirm. Ich weiß nicht, dass ich nicht mit dem Bildschirm. Ich weiß nicht, dass ich nicht mit dem Bildschirm. Da war ich richtig wiese zu retten. Warum können wir einfach so richtig gegner? Es ist wirklich einfach. Genau. sehr schlecht äh ja äh ja der war dann schon schnell nein 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 wir entscheiden eine dann muss ich jetzt gewinnen dann muss ich mich das der 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 ja ja so ja jetzt gehen wir alle schöneren jetzt wir machen die ersten 10 minuten ja ne ja 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 Okay. Okay. 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 5, 1 6, 1 7, 1 Ich glaube, ich bin für das. Und dann ist es schon perfekt so jetzt. Perfetto. Perfetto. Sehr knapp. Sehr knapp. Ja. ich muss ihn erst noch mal im stil von kellerin aber es müsste auch so jetzt gehen sie erst jetzt haben wir es heute machen Oh. Oh. Ich habe einen Eier. 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 Tschüss.